Sie werden gleich sehen, dass unser exklusives Oktober 2021 Update für Abonnenten eine Menge von Vorteilen für Grafiker und Designer bietet, die sich nur mit dem Besten zufrieden geben. Bevor wir die neuen Funktionen und Erweiterungen zeigen, die Sie mit diesem Update erwarten dürfen, möchte ich damit beginnen, Ihnen kurz CorelDRAW Graphics Suite vorzustellen für alle diejenigen unter Ihnen, die nicht so vertraut sind mit dem Grafiksoftware-Flaggschiff von Corel. CorelDRAW Graphics Suite ist eine vielseitig einsetzbare Lösung, die alle kreativen Bedürfnisse deckt. Weltweit vertrauen Designer und Unternehmen auf die CorelDRAW Graphics Suite. Sie ist die Wahl professioneller Anwender in anspruchsvollen Bereichen wie der Fertigung, der Konstruktion, der Werbetechnik, dem großformatigen Druck, dem Marketing, der Bekleidungs- und Textilbranche, dem Einzelhandel oder dem Onlinehandel. Die CorelDRAW Graphics Suite bringt Sie schneller zum Ziel. Umfangreiche Werkzeuge für die Illustration und Bildbearbeitung vereinfachen komplexe Abläufe, damit Sie sich ganz auf Ihre Ideen konzentrieren können. Innovative Werkzeuge für die Zusammenarbeit ermöglichen eine Integration aller Projektbeteiligten in den Freigabe- und Abstimmungsprozess. Und ein flexibler Designbereich bietet eine Mehrseitenansicht und die Möglichkeit, mehrere Inhalte gleichzeitig zu exportieren. CorelDRAW bietet Ihnen alles für die Gestaltung Ihrer Designprojekte, wann, wie und wo Sie wollen. Nun, sechs Monate nachdem CorelDRAW Graphics Suite 2021 veröffentlicht wurde, mit vielen Neuerungen, die die Produktivität steigern, die Kreativität beflügeln und eine direkte Zusammenarbeit ermöglichen in der aktuellen Zeit räumlicher Trennung und Homeoffice, bringen wir für unsere Abonnenten weitere Neuerungen, die noch weiterhelfen, um mit CorelDRAW all Ihre Designprojekte zu realisieren. Unsere Abonnenten sind es gewohnt, besondere Vorteile eines Abos zu genießen. Sie erhalten garantiert Zugang zu neuesten Updates und Programmversionen, sobald diese verfügbar sind. Mit einem Abo erhalten Sie ohne die Anschaffungskosten der Kaufversion jederzeit Zugriff auf die aktuellste Version. Das Abo ist budgetfreundlich, unkompliziert und kommt mit einer Menge von Vorteilen für Grafiker und Designer. Und nun bieten wir zusätzlich exklusiv für Abonnenten Zugriff auf innovative und zeitsparende neue Funktionen und weitere Features, die Ihre kreativen Möglichkeiten erweitern. Nicht nur einmal im Jahr mit einer neuen Version, sondern jetzt bereits sechs Monate nach Erscheinen der letzten großen Version mit dem eben erschienenen Update für Abonnenten. Mit diesem Update bieten wir exklusive Erweiterungen und neue Funktionen in drei Bereichen, die wir Ihnen heute genauer vorstellen und zeigen möchten. Zum Ersten ergänzen wir einen ganz neuen Funktionsbereich mit der Einführung von Asset Management Werkzeugen direkt in CorelDRAW integriert. Asset Management bedeutet, dass Sie nicht nur CorelDRAW-Dateien als ganze Designprojekte mit Kunden und Projektbeteiligten teilen und daran zusammenarbeiten können, sondern dass jetzt auch einzelne Design-Elemente wie Symbole und Symbolbibliotheken projektübergreifend verwendet und mit anderen für die Nutzung in deren Designprojekten geteilt und gemeinsam verwendet werden können. Da diese Assets, also Design-Elemente und Bibliotheken, in der Cloud gespeichert und verwaltet werden, können Sie über Projekte hinweg synchronisiert werden. So wird die Cloud zur verlässlichen Quelle für Design-Assets. In CorelFontManager stehen jetzt neu mehr als 1000 Google Fonts zum kreativen Experimentieren bereit, mit denen Sie Ihre Designs gestalten können. Erforschen Sie mit dem Schriftenbrowser die Google Fonts Bibliothek, die auch einige neue Variableschriften umfasst. Sie müssen die Schriften, die Sie verwenden möchten, nicht einmal installieren. Die über 1000 Google Fonts ergänzen die bereits mit CorelDRAW Graphics Suite 2021 mitgelieferten über 1000 Schriftarten, auf die Sie schon bisher zugreifen konnten. Wir verdoppeln die grafischen Möglichkeiten also im Schriftsatz mit dieser neuen Funktion. Die Zusammenarbeit mit Projektbeteiligten spielt bei vielen Designern eine immer wichtigere Rolle. Ein verbesserter Workflow für die Zusammenarbeit ermöglicht eine noch effizientere Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden in einer Welt des Homeoffice. Dank eines optimierten Anmeldeprozesses und verbesserter Leistung lassen sich Cloud-Dateien jetzt noch schneller öffnen, teilen und speichern.